So, und das Zeug da rein, wenn wir gleich ein bisschen Ordnung kriegen, ne? Jetzt bin ich schon bei Attack 10,5 Harz. Mir fehlen noch drei, ein bisschen Harz fehlt noch, aber ja gut, was soll's. So, jetzt wollte ich noch was anderes gucken, ähm... Ob du nicht so alles gucken möchtest, ne? Ja, ja. Tausend Sachen zu fehlen. Strong, sech... Strong sind, ähm... Brauch ich acht, ne? Ne, Quatsch. Vier, ne? Sechzehn. Strong sind vier. Na? Vier, ne? Vier ist sechs. Warum was willst du denn herstellen? Magma. Achso. Ja, ach du Scheiße. Magma Cream. G McClick... M- eccke... Magma Cream... Du, 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 du... Wo das will ich nicht... Na, damit noch ne Kiste da unten ran... M- k, meine sind hellblau und orange, also, nochmal... Hä, aber du musst eine andere haben. Nein. Dort blaßen andere. Kann ich ja nochmal gucken, welche das ich hab. Also bei mir steht da ein Portal Gun 1, 3, 4, 5, 8. Weißt du Bescheid. Ja, das ist die andere, die fallt. Die andere, die fallt. Alles klar, die andere, die fallt. Das hab ich auch gar nicht, die hat auch kein Crafting Resypt. Also ich hab die 13, 4, 5, 7 Peabody's Portal Gun. Ja gut, dann hast du die andere. Ich hab die 13, 4, 5, 8. Ja komisch, aber ich weiß nicht. Die 4, 5, 8 hat eigentlich kein Crafting Resypt. Ja, wie hab ich sie denn dann gebaut? Weil ich es komischweise auch jetzt, dass ich die 4, 5, 8 habe. Nachdem ich sie einmal benutzt habe. Achso, immer welches Portal du als letztes benutzt hast. So. Dann ändert sie sich. Quarry, bringen wir was Anständiges zu Tage. Haben wir hier irgendwo mal ein Schweinchen? Auf einen großen Fleisch. Hab ich irgendwo meine Seeds in irgendeine Hebel gelassen? Hä? Wo sind jetzt die Seeds hin? Achso, hab ich schon alles gelassen. Ach, ich bin nicht. Okay. Wir hatten noch 4 Magma-Klima, der hat ja automatisch rein sortiert. Dann könnte ich jetzt prinzipiell noch ganz kurz warten. Das ist aber echt nur ganz kurz, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ey, Zombie da oben. Hau bloß ab. Stirb. Einen Quar vollen Tod. Komm, Quarry, gib Gas. Mehr Gummi. Jetzt ist aber auch die letzte Folge, die wir aufnehmen, ne? Ich weiß nicht. Du musst mir sagen, bei wie viel das wir sind, ne? Bei 2,51 sind wir gerade. Na ne, Moment. Ich brauche ein paar Minuten mehr. Weil ich ja groß bin, ne? Also ich mach bei dem, ne, ich könnte bei dem Cut, könnte ich dich groß machen. Wenn du dir die Arbeit machen willst, ja. Ja, das ist, das ist kein Problem. Oder generell danach. Ach ne, das, wie soll ich das? Ne, 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 Moment. Das, das kann ich nicht. Weil da hätte ich von dir eine neue Datei gebraucht. Jawohl, ne, doch, das geht schon. Ich glaube, meine Kraft ist abgestürzt. Doch, das geht, das geht. Das kann, das geht, ja. Das geht, ja. Ne, ich mach dann ab dem Cut, mach ich dann, äh, dich groß. Ja, so ein Scheißdreck, wer hat's denn erfunden, die Schweizer? Schweizer finden, dass man schon abstürzt? Ja, klar. Ne, 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 nix gegen Schweizer. Nichts Effektives. Oh Mann, oh Mann. Ups. Ja, wie ich gesagt habe, beim Teleportieren, Ticking Entity. Ruhig ein bisschen größer machen können. Kann schon mal passieren, Ticking Entity. Das kann passieren, ne. Jo, kann man auch leider nichts gegen machen. Warum, warum? Warum ist die Banane grum? Oh ne, weißt du, kann dann nicht mal gleich schon am Anfang irgendwie was Interessantes sein bei der Quarry? Ne. Erstmal kommen zwei Milliarden Lagen Erde und Stein. Das solltet ihr bewusst sein. Ich hab da eh schon so viel gesteckt. Ich könnte eigentlich jetzt derweil noch in der letzten Folge den Rest stacken, den wir hier müllmäßig drin haben. Weil ich wollte eh noch kurz warten, bis der, ähm, eine Tank hier fertig ist. Also, bis der ein bisschen leerer ist, weil ich würde gern die, was ist denn das dann, die nächste Stufe? Stufe zwei. Portable Tank. Wir haben jetzt die 16er, das wären dann die 22er. Da brauche ich nur Hard and Glass dafür, also bitte. Ähm, wir haben doch jetzt, ähm, was möchtest du? Wir haben jetzt dann bald Enderperlen, oder? Im Überfluss. Naja, wir können den Übernacht anlassen, ja. Ne, ich meine nur, ne, demnächst irgendwann. Hm. Moment, ich brauche ja, ich brauche ja noch so ein Crafting Table. Im Überfluss ist so eine Sache, aber ja, wir haben davon ein paar. Ich gehe davon aus, dass ich mir, ähm, Ender Barren herstellen kann. Nein. Warum nein? Weil du dafür viel mehr brauchst, als nur Ender. Achso. Das ist ja auch das Problem, was ich habe, sonst hätte ich schon Tesseract gemacht. Wir brauchen dafür halt Shiny Engels, und Shiny Engels kriegen wir jetzt noch nicht so einfach. Tja. So besser war. Müssen wir auch erst Crops mitmachen. Ja, dann machen wir das doch. Was brauchen wir dafür? Shiny Engels. Wo kriegen wir die her? Die ersten vier? Äh, wir müssen... Moment. Nichts mehr, was wir in fünf Minuten schaffen können, oder? Ne. Wir müssen Redstone pulverisieren, da kriegen wir dann so rote Schlacke raus. Und die roten, also Cinnabar heißt das. Ähm. Und die können wir dann mit Travis Orr zusammen, äh, in den Induction Smelter machen, und dann kriegen wir einen Barren. So einfach eigentlich. Oh ne, ich wollte doch nicht in den Nether. Oh, diese Rumklickerei hier. Ich würde wahrscheinlich ewig gleich wieder mal Minecraft abschmieren. So, zack. Ach ja. Felderbeherrschaften ist toll. Ach nein. Ja, nein. Vielleicht. Bitte ankreuzen. Ja. Wir brauchen riesige Felder, die haben wir automatisieren können. Ja, ich habe ja die Harvester am Planteil immerhin schon gemacht, aber die auch... Also, brother, wenn du irgendwann noch Limestone brauchst, ne? Hast du jetzt genug, ja? Ja. Jetzt habe ich ja so ein Limestone, ach so, da haben wir die Wege mitgebaut, ne? Also, als Limestone, den kann man nicht kompressen. Ne. Nur Sand, Gravel und Kobbel. Ja, ist mir nicht bekannt. Okay. Gravel. Ich brauche einmal so ein dämliches Schwein und hier ist keins. Wieso, willst du Schweinepflanzen machen? Ne, ich brauche einen Porkchop. Wofür? Ich meine, ein Porkchop an, das man kann. Einfärben, oder was? Ja. Warum? Weil ich gerne eine Porkchop hätte. Oh, ne, nicht Porkchop, eine Bake. Eine Bake Gun, so heißt es eigentlich. Hm. Hm. Eine Bake. Ganz genau. das müsste man eigentlich auch automatisieren gibt es eigentlich die kohls nicht dass ich wüsste heute kann aber keine bäckchen wir ja nacht oder was kann das sein dann haben wir das hier unten gleich rein dann das hier noch gut nacht dann sagen wir da mal an und da und morgen da wollen wir so ein treffen zum verabschieden und so moment die brauche noch eine minute ich mache nur noch mal schnell ein bisschen die kiste hier leer dass da ein bisschen was durchlaufen kann mehr sand in den table damit es kann hier haben wir hier nur keine schweine wir haben wahrscheinlich schon alle geschlachtet wo wir hungersnot hatten wir haben wir doch auch alles geschlachtet wir haben wir noch zehn milliarden stück wir haben wir noch eine eigen anpflanzung ja pfanz kühl haben wir auch noch so dann rechts schon wieder noch habe ich denn der dreck drin der gehörte nicht rein so hier noch einmal den dort okay so die kisten sind hier relativ leer das heißt die quarry kann arbeiten och gott es sind jetzt noch 100 nur jetzt noch ganz kurz warten damit ich den tank mit ich kann den auch so mitnehmen ok jetzt ist er leer gut 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 zack 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 so ich komme nach hause ich bekraftet hier meinen pils weg damit ja sorry sorry hatte hungersnot echt so ich bin da hatte kein brot mehr aber dann machen wir schluss ich habe noch einen kopf für unsere sammlung den haben wir auch noch nicht hängen dein schweiner noch zu tiefen dass ich gar nicht das geht nicht zwei müssen wir uns in unseren tank erwarten für die xp ne ich auch so wieso sind meine portale verschwunden hast du mal r gedrückt vielleicht kann sein ne das sieht so komisch aus wenn man die in der hand hat ne schau dir meine baiting an diesen viktor nicht n呵 ne 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 Eneronzept Derehin hier alle rum. Jetzt hören wir auf hier. Ich stelle mich mal hier irgendwo hoch. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben heute doch einiges geschafft. Ja, auch ein bisschen langweiligen Kram, wie Cobblestone-Compressen und sowas. Ja, aber trotzdem, die Rüstung. Wir haben alles mögliche gekriegt. Wir haben die Rüstung. Ferry umgestellt. Alles. Portalguns. Ja. Ja, fertig. Ende. Können aufhören. Nein. Quatsch. Nächstes Update. Das Cooling-System und den... Ne, das Cooling-System haben wir. Wir brauchen jetzt nur ganz viel Enderpern und zurück. Vielleicht noch das große Cooling-System. Ja, also noch die große Update-Update und dann sind wir fertig. Juhu. Bis dann. Schaltet wir auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Bastel. Let's Bastel. Der ist gut. Tschüss. Tschüss. Nein, Let's Skis.